Göttliche Beschleunigung Sprich nochmal Göttliche Göttliche Beschleunigung Wer weiß, es gibt eine göttliche Beschleunigung Amen, wer weiß es? Wir wissen ja, die Bibel Es gibt so viele Dinge über göttliche Beschleunigung Es gibt Prophetsien über Beschleunigung Es gibt Prophetsien über die Acceleration Wir wissen ja, die Zeit Wir wissen nicht, dass die Saison libre wird Wir wissen ja, die Acceleration wird Wir wissen, dass alles fertig ist Wir wissen, dass alles so schnell ist Amen! Wir wissen, dass alles so schnell ist Wir wissen, dass wir Die Handys 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 Plötzlich war ein neu כי Die Handys Nokia komplett weg Nokia hat schnell In der boilers If christian Farbwerk Was schnell Tokio hat geschlafen zur Huawei Wenn er geschlafen hat, hat Ali überholt. Er schlägt. Wenn du die geistige Zeit nicht verstehst. Wenn du die spiritualität nicht verstehst, du wirst überholt. Sag Gott, ich werde schlagen. Das Problem wird Christen. Wir erwarten Du kennenzel. Gleich wie die wetten uns quitt sind. Du kennenzulter wird zu werden und den Menschen zurückkehren. Du kennenzulter und den Menschen zurückkehren? Amen. Ich möchte den Punkt verkaufen. Ich möchte, wenn ich was gefragt bin, wenn ich meinen Namen zu fragen habe? Wenn ich das Geld Cuộc anbietet, Er sagt, jede Fünfzette kommt seine Gehalte. Das heißt, seine Erwartung? Er bekommt seine Gehalte nur am Fünfzette. Erwartest du, dass Gott machen kann, dass jeden Tag dein Gehalte kommt? Er sagt, es gibt Leute, die jeden Tag ein Gehalt bekommen. Er sagt, du lebst eine andere Saison als die anderen. Er sagt, wer versteht das? Wer versteht das? Das ist die Fähigkeit. Er hat uns in eine Erwartung gebracht, dass wir warten, wenn ich die Prämiere mein Geld kommt. Ich erwarte nie, dass mein Geld an jeden Tag kommen kann. Oder weil ich krank bin, wenn die Doktor sagt, in 30 Tagen bist du gesund. Und deine Erwartung ist auch genau die 30 Tage. Er sagt, du erwartest nicht. Das ist schon morgen. Er sagt, ich bin eine Verteilung der Gehalt. Er sagt, die thinner Fliegen. Er sagt, die nächste Verteilung der Gehalt erzielt. Er sagt, du hast Gott gemacht. Menschen die das gemacht haben. Er sagt, wir machen das Saliye. Wir haben ... Wir haben eine Suche aufs Ableibung... Die sollen so sein wie wir es sind. Gott gibt es keine Wartenzeit. Ein Zambas ist die Karte. Amen. So wie wir werden, Tengah ist das, was wir in der Pfingst. Er sollte auch mit uns leben. Ich habe das, was wir in der Pfingst. Ich habe das, was wir in der Pfingst. Amen. Wir kommen weiter da. Amos 9.13 Amos 9.13 Amos. Amos 9.13 Wer kann lesen? Amos 9.13 Wer hat Amos 9.13 kann lesen? Amos 9.13 Amos 9.13 Ja Wer hat es nicht, kann lesen? Oh, ja, ich bin ja, ich bin ja Amos, Amos ist ein Prophet Amos 9.13 Gerne Amos 9.13 Amos 9.13 Amos 9.13 Amos 9.13 Amos 9.13 Es kommt ein Teil, dass es eine sehr reine Ernstung gibt. Dann werden wir arbeiten, dass es weiter abläuft, wenn wir jetzt auch schon kommen zu können. Man trifft die Fragen noch, dass es in der Kälte auf hohe Zeit die Ausmaßung begonnen hat. Ich lasse es in der Kälte auf. Amos 9, 13. Je leuhe, im Namen Jesu Christus. Amen! Vier den Tag kommen, sagt der Kärn, wo der Flasen führte der Kälte. Der Kälte, der der Fäte fülle, der der Fäte rädet, der der Fäte, 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 der der Fäte. Der Fäte fähre, der der Fäte, der 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 Fäte, der die der Fäte, der der Fäte war. Amen! Amen. Aber Lobby, wir sagen dir, es gibt eine Zeit. Sag, es gibt eine Zeit. Sag zu der Nächste, es gibt eine Zeit. Sag zu der Nächste, es gibt eine Zeit. Sag ihn nochmal, Gute-Lieb. Es gibt eine Zeit. Gott sagt hier, er wird. Er sagt, es gibt vier Leute, immer. Es gibt in Landwirtschaft. Es gibt Leute, die sehen sich nicht, die haben unterschiedliche Zeiten. Die kommen, es gibt Leute, die machen den Boden. Es gibt Leute, die machen Wasser. Es gibt Leute, die machen Samen. Es gibt Leute, die die Früchte vorkommen. Es gibt Leute, die machen, die machen. Es gibt Leute, die ernten das. Es gibt Leute, die machen. Aber hier sagt die Bibel, Gott will eine Beschleunigung machen. Es gibt Leute, die Acceleration. Alle, die wir in der gleichen Zeit sind. Alle, die wir in der gleichen Zeit sind. Alles alleine. Und das ist alles alleine. Verstehen wir das? Verstehen wir das? Ich verstehe es anders. Nein, ich habe hier vier Studien. Es gibt vier Kitties. Es gibt vier Säsonen. Talamonite, sie haben vier Säsonen. Aber es gibt eine Saison, manchmal gibt es hier. Hier kommt die erste Saison, hier kommt Apfel. Da sind wir hier. Das heißt, wenn du hier bist, wenn du hier bist, du kannst du Apfel essen. Und wenn du hier bist, denn hier kommt der Apfel raus. Das heißt, wenn du hier bist, du kannst du jetzt noch nicht die zweite Saison kommen. Denn hier gibt es Banane. Denn das ist auch nicht die Banane-Saison. Denn diese Saison gibt es Banane. Du bist hier und 20 Monate. Und das ist auch nicht die nächste Saison. Wenn du hier bist, dann kommen die Banane. Und die Apfel sind schon vorbei. Und die Apfel sind schon vorbei. Wenn du hier bist, ich bin jetzt in einer Saison, dann gibt es nur eine Banane. Dann sind die Apfel nicht teuer. Wenn du hier bist, dann kommen die Banane-Saison. Denn die Apfel sind schon schwer. Amen. Aber wir müssen die nächste Saison kommen. Wenn du hier bist, dann kommen die Saison. Aber wissen Sie, was Gott sagt? Wenn du hier bist, wenn du hier bist, dann kommen die Saison. Dann kommen die Saison. Dann kommen die Saison. Und eine machen. Und eine Saison. Das heißt, dass alle diese Stühle, wenn du hier bist, dann kommen die Saison und die Saison. Dann kommen die Saison. Es gibt jetzt eine neue Saison. Und alle. Und wenn du hier bist, eine Saison. Und du kommst, du setzt dich in, und du erfängst alle. Und die Segen von alle Saison! Und die Segen von alle Saison! Wir leben! Wir leben! Amen! Wer will das? Wer will Segen von alle Saison in der Amphäre? Wer will Sie von alle Saison in der Amphäre? Amen! In der Saison? Nein! Wir leben! Wir leben! Das ist eine Sache! Das kommt erst in 30 Jahren! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wenn die Saison kommt! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wir leben! Wir leben, dass sie die Saison ausz turnen, diese Cyber sind nicht es. Das ist der Plan ... Wir leben! Wir leben! Wir sehen! Gott hat Adam geschaffen. Damit wir verstehen. Adam kannte diese Saison nicht. Adam hat die Saison gewonnen. Als Adam Affel dem geerntet hat, Adam hat die Bucke geformt. Er musste nicht warten. Nächstes Jahr kommt erst die Mango. Er war schon immer da. Er war schon immer da. Er war schon immer da. Verstehen wir das? Für Adam war das normal. Für Adam war das die Normalität, dass alles da verfügbar ist. Er ist hier normal. Er ist hier normal. Seht ihr, wie unsere Vorstellung sich mittlerweile verändert hat? Bohebien kann sich nicht mehr verändern. Es muss normal sein für dich. Es muss normal sein für dich. Für Gott, der die Segen und der Beschleunigung. Dass er in der Zeit wird, dass Benedikt... Ich will das nicht. Wer will das? Ich will die göttliche Beschleunigung. Ich will die göttliche Beschleunigung. Das ist die göttliche Beschleunigung. Ich will die göttliche Beschleunigung. Er ist die göttliche Beschleunigung. Es gibt einen Herzen, den wir in der Bibel haben. Die Bibel sagt, er wird eine Unterschiede machen. Die Bibel wird in der Bibel eine gewisse Unterschiede. Zwischen die Welt und die Kinder Gottes. Zwischen die Liebe und die Liebe. Zwischen die Liebe und die Liebe. Amen. Es gibt einen Gott. In der Bibel. 4. Moses 17,8 Nummer 17,8 Ich sehe es, wie es sieht. Aber sieh mir da. 4. Moses 17,8 5 5 Wer hat kein Lesen? 4. Moses Amen. 5 Und weiter? Was wollen wir ablegen? 5 Also wir müssen gegen eine Stiftung und bei mir geht es weiter. Und hier sind Blüte gekriegen. Also 17,8 bei dir? 8,8 Ah ok, der geht ab 9 weiter. Ich habe die englische Version. 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 10 10 10 11 17,8 11 11 17,8 11 11 11 12 12 14 15 16 16 17 11 11 12 15 15 18 18 18 19 19 20 20 22 21 Okay. Okay. Babel Jutta Jok 1.4.17. Nummer 7 Verset. Witz, 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 witz. Babel Jok 1.4. Okay. Wie kann man das nicht? Wie kann man das nicht? Wie kann man das nicht? Und wenn du mal 7 gehst, mach mal 7. Ich lese den Namen Jesus. 7 oder 9. Und es geschah, als sich die Gemeinde gegen Mose und gegen Aaron versammelt hatte, wandten sie sich der Stiftbehörte zu. Und siehe, da bedeckte sie die Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gegeneinander gestützte. Und der Herr redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde. So will ich sie in einem Augenblick verteilen. Sie aber fiel auf ihr Angesicht. Warum? Und Mose sprach zu Aaron. Nimm die Rauchpfanne und tue Feuer vom Alter hinein. Und lege Raucherwerk darauf. Und geh schnell zu der Gemeinde und wirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist vom Herrn ausgegabt. Die Plage hat begonnen. Amen. Okay. Wir haben eine andere. Also komplett. Babel Jok 1.4. Das war richtig. Wir müssen mal nachher mal gucken, welche besondere Bibel er hat. Normalerweise diese Geschichte hier ist folgendermaßen. Bitte? Ja. Ich sehe mal, das ist kein Problem. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Versionen. Aber hier gibt es folgendes. Ich erkläre euch. Aaron war eine hohe Priester von der Stamm Levi. Aber es gab auch noch die anderen Stämme. Zum Beispiel die Rubeniter. Die Daniniter. Die haben gefragt. Bist du wirklich? Und sagt von Gott. Und Aaron hatte einen Stab. Diese war getrocknet. Getrocknet kaputt. Das war eine alte Stab. Amen. Was Bibel sagen, das sagt Gott. Jeder von jedem Stamm. Also von dem Stamm dann. Juden. Juden. Levi. Jeder nimmt einen Stock. Du das in die Allerheiligste. Es gibt nur eine Wunde mit See. Ich werde Wunder machen. In einem Stock. Obwohl es getrocknet ist. Ich werde machen, dass diese Saison ändert. Es wird Blüte tragen. Und Früchte. Und da werden die Leute erkennen. einen. Zeigen. Dass du. Ärger. Von mir auch seine Welt. Und du hast nicht mehr dabei. Amen. Amen. Und dann, die haben diesen Stamm genommen. Und diese sind alle. Die sind alle reineigste. Die sind alle. Sie sind am letzten Tag. Hier gibt es eine Wunder passiert. Hier gibt es eine Wunder. Die ist ein wahr. Diese getrocknet stamm zentrum. Das ist ja so. Es gibt ja so. Die Zeit ist ja so. Es kommt alle Saison des Scheis. Ich wollte es sagen, das ist alles. In einer Nacht. Ja, in der Blüte. Es gibt ja auch Blüte. Es gibt ja auch die Früchte. Ja. Normalerweise, dieser Prozess dauert über acht Monate. Aber Gott hat acht Monate, hat das runtergedrückt auf eine Nacht, auf 24 Stunden, nicht mehr. Glaubst du, dass Gott acht Jahre, in acht Minuten verwandeln kann? Ja, das ist die Heiligkeit Gottes. Wenn die Heiligkeit Gottes kommt, wenn seine Heiligkeit kommt, dann fängt alles zu beschleunigen. Wissen Sie, was in dieser Nacht passiert ist? In dieser Nacht, als alle Stock da waren, Gott nahm den Stab von Aaron. Er brachte sie in seine Heiligkeit. Und als diese Stock, die die Heiligkeit Gottes war, es war mal Blüte zu tragen. Automatisch. Wenn du in die Heiligkeit Gottes bist, du wirst automatisch. Automatisch. Was Gott für dich vorgesehen hat. Wenn du in die Heiligkeit reingekommen bist, in die Heiligkeit Gottes, wenn dieser Stock es vertrocknet, was Aaron hatte. Aber die Heiligkeit Gottes hat einen Plan, was die Wille Gottes immer jeder Mensch hat. Wenn die Wille Gottes dann geguckt. Wenn du in die Heiligkeit Gottes hast. Du bist der Stab von Aaron. Hier steht. Du musst Rüchte haben. Aber es fehlt. Also fange es. Du bist der Stab von Aaron. Er steht. Du musst Blüte tragen. Aber es fehlt. Du bist der Stab von Aaron. Wir brauchen die Heiligkeit Gottes. Wir progleichen. Alles was im Himmel steht für dich. Alles was im Himmel steht für dich. Entfange es im Name Jesu! Ich empfange es! Gott in Himmel steht! Dass Gott dich in dieses Saison bringt! Das ist mein PZO-Saison. Amen! Sind wir hier? Sind die Kinder Gottes hier? Es ist gefährlich für die Feinde. Amen. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum ist die Mauer von Jericho? Gott sagte zu Israel, sie mussten sieben Tage lang umher warten. Und am siebten Tag, sie sollen ihre Posaunen, Trompette, Blasen, dann wird die Mauer fallen. Das ist die erste Saison. Aber die göttliche Saison, wenn die Saison kommt, du musst nicht mehr sieben Tage laufen. In dem Moment, du sagst, Falle! Die göttliche Beschleunigung. Die göttliche Saison, wenn die göttliche Saison, eine Nacht, die werden alle fallen. Amen. Es ist die Leute, die dich jahrelang bekämpft haben, und die sich jahrelang bekämpft haben. Bis hier, es gab fünf Könige, fünf Roi, die wollten die am Joshua attackieren. Fünf Könige fünf Könige am Joshua attackieren. Sägen kommt. Amen. Amen. Normalerweise, Joshua hätte es denken können, für fünf Könige, zu sägen und zu bekämpfen. Brauche ich fünf Jahre. Sägen. Amen. Wir hätten sagen, fünf Könige pro König eine Nacht, ein Jahr. Sägen der Roi, in der Nähe. Amen. Aber Joshua hat es gesagt. Aber Joshua hat es verstanden. Akkomponati. Ja, dann hat er gesagt, Sonne. Steh still. Die. 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 Heute. Die. Alle fünf. Ich brauche nicht fünf Jahre. Ich brauche nicht fünf Tage. Ich brauche noch einen Tag. Das ist jetzt alle falsch. Wir schlafen. Sackdötliche Beschleunigung. Wenn Gott anfängt, dich zu beschleunigen, er wird dich katapultieren. Aber wir müssen hören, Amen! Anfang hatte etwas was trocken war. Gott hat uns ein Segen verbracht. Was hast du was zu trocken ist? Ja. Es ist eine Bühneuse und ein 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 ein. Welche Situation in dein Leben ist es gerade ausgetrocknet? Es ist eine Bühneuse und ein 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 Sag Gott, wie alle meine Situationen Was auch getrocknet? Wir haben die Königliche Saison bringen. Und die Früchte getragen. Wir wollen die Früchte getragen. Wir wollen die Saison divine sein. Wir wollen die Saison divine sein. Amen. Du musst es proclamer. Wir müssen es proclamer. Gott ist vor dem Stab, es wird trocknen. Wir wollen die Saison divine sein. Wir wollen die Saison divine sein. Gott hat immer einen Plan für dich. Gott hat immer einen Plan für mich. Gott hat immer einen Plan für mich. Gott hat immer einen Plan für mich. Gott hat immer einen guten Plan für mich. Gott hat immer einen Plan für mich. Das trockene wie Früchte getragen. Amen. Nicht hinaus. Wir fangen an zu prophezeien. Fangen an bei deinem Leben zu prophezeien. Sagen, ich proclamere göttliche Beschleudigung. Wir wollen die Saison tramflaren vor. Wir wollen die Saison was Heathrow Clifford pada das Tad. Wir wollen die Saison drone das können. Wir wollen die SaisonPassiv party sein, denn sie werden alle die Saison nachzuation. Wir wollen ihnen 떨en weρliche Mein Schreem Christian. Wir wollen die Bibel zusammen preach. Wir wollen die Bibel eins Netz kalian gel secretary. Wir wollen die Bibel zusammen JSX nicht für mich. Wenn ich auf das Vergeweck mich, dann habe ich auf die Vergeweckung, aber ich will dich drauf auf die Vergeweckung auswählen. Wenn ich auf das Vergeweckung gonna habe, dann werde ich hier vorbeigef siglo wieder bedient. Wenn ich meine Leben, abhalla um meine Heilung, abhalla um meine Lorde und meine Gehalte, abhalla um meine Intelligenz, Accelerer intelligence, der Mann. Beschleunige meine Kraft werden! Accelerer meine Kraft, der Mann. Beschleunige meine Wurke. Accelerer blöd, der Mann. Beschleunige, Gott möchte einen Unterschied machen. Wir müssen die Menschen ein bisschen absurden machen. Wir müssen uns jetzt hier. Wir müssen uns jetzt hier. Wir müssen uns nicht absurden. Gott will nicht beschleunigen! Wir müssen die Menschen ein bisschen absurden. Wie ist es? Reboson, Robo, Karabasan, Davaca Reboson, Robo, Sakababa Wisdia Petrus Wir haben die ganze Nacht geflüchtet Wir haben nicht geflüchtet Wir haben nicht geflüchtet Wir haben nicht geflüchtet Wir haben nicht geflüchtet Jesus kam Er kam mit der göttlichen Beschleunigung Wir haben eine Acceleration in Bonsambi Wir haben nicht geflüchtet Jeяться und Jesus kam mit Herren Wir haben auch, dass wir diese göttliche Beschleunigung irgendwann habe ich eine Anpolizei gemacht. Ich will meine Segnungen erleben. Ich will meine Begründung. Ich will meine Familie und meine Liebe. Ich will die Begründung erleben. Ich will die Einflüssigkeit. Ich will alle für dich verfolgen. Gott will für dich unterhalten. Gott will dich bringen, wie bei Aaron. Gott will dich bringen, wie bei Aaron. Das ist die Leute, die sagen, das ist ein Kind Gottes. Das ist ein Kind Gottes. Wer beten jetzt wird, wie Joshua. Du bist auf die Leute, Joshua. Ja, Joshua. Ich sage, alle Könige, die mich attackieren. Alle Könige, die mich immer attackieren. Alle Mächte, die mich attackieren. Ich sage, heute. Heute, Menno. Heute, Menno. Ich sage, alle Könige! Wir mögen was. Ist die Leute, die mich attackieren? Okay... Ich sage, alle Könige, die mich attackieren. Guten, Echo, Menno. Ich sage, alle Könige, die mich attackieren. Untertitelung des ZDF, 2020